So, ich drehe euch mal ganz kurz nochmal, wie unser Haus aussieht. Wir haben das nämlich vor kurzem gestrichen. Also hier seht ihr, die Wand war mal grün, dann haben wir Chester und ich, ja, ich traue mich gar nicht, das zu sagen. Wir haben sie lila gestrichen, weil wir noch lila Farbe übrig hatten und ja, das sah nicht so schön aus. Das hier ist unsere Vorratskammer, naja, also halt unsere Garage, Vorratskammer, was auch immer. Ja, wir waren gestern einkaufen, mein Vater zusammen, bisschen Vorräte aufgefüllt. Da ist unser Gefriertschrank, Gefriertruhe. So, das ist hier unser Dingenskirchen. Das ist hier unser Keller. Das haben wir, also hier haben wir nicht gestrichen, aber hier drunter haben wir gestrichen. Hier kann man auch Licht anmachen. Was ist denn das Puzzle? Ich denke schon. So, wie ihr seht, also hier sind hier alle Wände gestrichen vom, wie nennt man das, ein Treppenhaus. Genau, vom Treppenhaus. Hier ist eine neue Lampe. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht. Doch, das sieht man ein bisschen. Die glitzert so ein bisschen, wenn man daran vorbeigeht. Genau, hier. Sorry, dass das Bild gerade so doof ist, aber wenn man so Licht, ihr kennt das ja bestimmt, wenn man Licht filmt, dann wird das immer ein bisschen dunkler irgendwie. Gucken wir mal, ob es hier besser ist. Nein. Okay, ich dachte gerade, da wäre irgendwas fort und so, aber liegt echt am Licht. Ich komme mal wieder hier hin. Ne, tut mir leid. Das wird irgendwie nicht richtig besser, aber ihr habt es ja gesehen, das Glitz hat so ein bisschen das Licht. Dann haben wir hier das Wohnzimmer. Das ist auch gleich geblieben. Also wir haben das vor kurzem, ja okay, also ein bisschen länger her. Die Wand war eigentlich so, ich zeige euch das mal hier. Wie kann ich das besser erklären? Also die hier, die ist so ein bisschen nicht matt, sondern glänzend. Genau, das Wort habe ich gesucht. Und die hier ist halt matt. Die war vorher glänzend. Das wollen wir auch wieder so machen. Hier ist halt die Küche. Wenn ich da drücke, kriege ich das Geschirr, muss ich das gleich einräumen. Ups, jetzt mache ich da schon Licht. Achso, genau. Die Lichter hier sind auch neu. Komplett. Also die, ich finde, das sieht irgendwie aus wie ein Keks. Da kriege ich immer Hunger von Keks in so einem Rechen eigentlich. Das ist das Zimmer meiner Schwester. Das kennt ihr ja schon. Ich verlinke euch nochmal das ganz, also das alte Hausvideo unten in der Infobox. Hier, genau, Toilette. Hier haben wir auch wieder dasselbe. Ach ja, genau. Hier haben wir auch wieder dasselbe gemacht. Ich mache es mal an. So. Dann mache ich mal hier auch an. So, da geht es rauf zu mir. Das ist ein ganz cooles Update, was wir alles gemacht haben. Ich hatte ja vor langer Zeit ein sehr, sehr farbiges Foto auf Insta gepostet, wo ich voller weißer Farbe war. Also, ja, das war schon witzig. Da hatte ich echt, da haben meine Schwester echt so ein bisschen, meine Schwester und ich echt so ein bisschen rumgealbert und uns nass, nass gemacht, sage ich schon, eingefärbt. Und sozusagen, ja, das war es dann schon mit dem Video. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und guckt euch auf jeden Fall unten in der Infobox auch meine anderen Videos an. Ich verlinke euch die auf jeden Fall und ich werde das auch noch einblenden. Okay, tschüss!